In den heutigen VW-News schauen wir uns auf jeden Fall den kommenden Hulk-NFT-Drop auf VW an. Außerdem gibt es die Zusammenfassung für das letzte VW-Community-Update mit einigen sehr spannenden Infos. Außerdem gehen wir noch auf den OTC-Deal ein, den Deal, den VW eingegangen ist mit einem VW-User. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es Dye Captain, dein VW-OG mit den wichtigsten VW-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge spannender Infos mit dabei. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Collectible-Drop und zwar nicht mit dem ersten Hulk-NFT auf VW. Und das Ganze wird tatsächlich auch schon heute droppen, am 31. März um 17 Uhr deutscher Zeit. Ihr seht jetzt gerade bei mir ist noch alles dunkel, ich nehme das gerade hier am Abend des Donnerstags auf, lade das Ganze dann Freitag hoch, nur dass ihr euch nicht wundert. Und wir sehen hier insgesamt nur ein Collectible, was meiner Meinung nach zum momentan Zeitpunkt gar nicht mehr so falsch ist. Das ganze Collectible hat außerdem hier noch mal einen Breakdown und ist animiert plus Sound. Im Hintergrund seht ihr jetzt hier an dieser Stelle schon die Animation. Einmal den Sound kann ich euch an dieser Stelle leider nicht liefern, wird aber wahrscheinlich relativ identisch sein zu dem, was Hulk macht. Und jeder, der Hulk kennt, weiß in etwa, was da kommen wird. Das Ganze, wie gesagt, animiert und mit Sound. Das Ganze hat einen Listenpreis von 50 Gems und eine Editionzahl von 4444 Stück. Außerdem ist es eine Common und an dieser Stelle natürlich auch die First Appearance von Hulk. Was ganz wichtig ist zu sagen an dieser Stelle, das ist der Hulk aus 1960. Deswegen sieht er auch teilweise etwas seltsam aus, wenn wir uns den Hulk mal aus 1960 anschauen. Der war halt einfach etwas kantiger und dementsprechend fällt auch der Hulk hier etwas kantiger aus. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem für Hulk-Fans, denn es wird das erste Collectible sein von insgesamt noch 3 anderen Hulk-NFTs. Und wenn man insgesamt jeder dieser 4 Hulk-NFTs besitzt, bekommt man auch noch einen dritten dazu als Air-Job. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wann hier auf jeden Fall die nächsten 3 Droppen werden. So wie es sich anhört jedenfalls, kommen diese tatsächlich auch schon relativ bald. Denn sie schreiben mir auf jeden Fall, dass wir natürlich hier gespannt sein sollen und die Social-Media-Sachen im Blick behalten sollen. Ich werde dich aber natürlich selbstverständlich hier auf dem Laufenden halten auf meinem Kanal. Deswegen abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du definitiv nicht, wenn der zweite, dritte, vierte dann auch hier auf Vivi droppt. Wenn ich jetzt schon in Aufmerksamkeit habe, hier eine ganz kurze Stream-Ankündigung und zwar für morgen Abend, beziehungsweise heute Abend Freitag um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Und zwar werden wir hier einmal das Thema behandeln, ist Vivi am Ende. Da werdet ihr eine relativ subjektive Meinung von mir bekommen. Wir können uns aber auch sehr gerne natürlich im Chat austauschen. Wir sind sehr gespannt, wer von euch alles dabei ist. Schreibt es ja gerne schon mal in die Kommentare und ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend. Ansonsten hatten wir am Mittwoch das Community-Update, relativ spät, um 23 Uhr deutscher Zeit. Und ich habe das Ganze natürlich aber für euch live gestreamt, selbstverständlich. Das ganze Stream-Baterial findet ihr auf meinem Kanal, relativ weit oben unter der Stream-Playlist. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt an, was wurde denn hier alles besprochen. Es war wirklich eine Menge mit dabei und meiner Meinung nach, ganz subjektiv, es war ein Update mit einigen Infos. Es war sehr viel wie das Tool. Sollten aber jetzt wirklich diese Sachen in den nächsten drei bis vier Monaten umgesetzt werden, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr bullish für Vivi und auch den Omi-Token. Jetzt aber schauen wir uns auf jeden Fall erstmal an, was wurde denn jetzt hier überhaupt erstmal gesagt. Als Erster wurde erstmal auf die Platin Moments Redemption-Aktion eingegangen. Dort gab es ja den Fehler, dass Leute Sub-40-Mints bekommen haben. Das Ganze wurde jetzt gefixt. Die Leute haben einen Ausgleich bekommen mit einer über Sub-40-Mint, die auch relativ moderat ist, meiner Meinung nach. Und auch dann noch ein Gem-Paket. Also hier meiner Meinung nach jedenfalls, dafür, dass es ein Fehler von Vivis Seite war, hat man hier wirklich sogar noch etwas on top bekommen. Nicht nur eine Low-Mint, sondern gleichzeitig auch Gut-Gems dazu. Dementsprechend ist das Ganze auf jeden Fall an dieser Stelle abgehakt. Und außerdem ist gleichzeitig auch noch der Wack gefixt, dass ihr jetzt auch wieder alle Profilbilder seht bei allen Leuten. Da gab es ja viel Aufruhr, wo plötzlich alle gesagt haben, hey, das sind ja alles Bots. Das waren alle keine Bots. Das waren an dieser Stelle ein Fehler von Vivis Seite, dass man einfach kein Profilbild mehr sehen konnte. Kommen wir jetzt zu den wirklich spannenden Parts und zwar nämlich zum Viviverse. Und hier wird es tatsächlich schon relativ bald die ersten Einladungen für die ersten Leute geben. Ich muss euch Leute enttäuschen, sehr wahrscheinlich nicht für dich da draußen, außer du bist gerade bei den Vivi Walls. Denn es wurden die Leute als allererstes ausgewählt, die relativ viel auch im Vault aktiv gebaut haben. Das heißt, die Vivi Walls an dieser Stelle auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend meiner Meinung nach eigentlich nur gerechtfertigt, denn die machen auch extrem viel dort. Die können extrem viel testen, extrem viel Bugs finden und so weiter und so fort. Aber das Positive ist, es wird schon Mitte April sein und das ist eigentlich relativ gut. Und wenn natürlich dann schnell auch Bugs gefunden werden, das schnell gefixt werden kann. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Ende Q2 tatsächlich auch schon viele Leute hier einen Invite per E-Mail erhalten haben. Aber das Ganze wird sehr wahrscheinlich überwiegend dann auch bis Q4 aller spätestens dann ausgerollt sein für alle Leute. Je nachdem natürlich auch, wie groß die Bugs sind. Was das Thema MCP angeht, dort sind tatsächlich auch schon sehr, sehr viele User mit der Beta-Phase drin. Und in etwa sind es schon 20.000 Leute laut Mitch. Ich finde, es sind zwar nicht 20.000, für mich sind es eher so 10.000 bis 5.000. Denn dafür sind es einfach noch zu wenig Leute, die ich persönlich kenne, die es noch nicht haben. Nichtsdestotrotz, es haben auf jeden Fall eine Menge Leute. MCP läuft an dieser Stelle mit Phase 1 schon mal relativ gut, an meiner Meinung nach. Das Punktezählen klappt mittlerweile auch. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier mit den nächsten Versionen kommt. Außerdem soll noch das Master Collector Program mit dem UUP, dem OMI Utility Programm, mehr verschmelzen. Es wird einmal außerdem eine Kombi geben und das wird das Loyalty Programm sein. Wo ich auf jeden Fall sehr gespannt darauf bin, was das dann sein wird und was für Vorteile da auch kommen werden. Denn ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend für alle Leute, die OMI halten und gleichzeitig Master Collector Program Punkte sammeln. Dort wird es aber auch nochmal einen Artikel in den kommenden Wochen geben dazu. Außerdem, was das Thema Payout betrifft, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben und sich jetzt wundern, hey, warum kann ich nicht auszahlen gerade? Payout ist zum momentanen Zeitpunkt deaktiviert, weil Wire momentan neue Banken braucht, die sie sozusagen dort unter anderem unterstützen in den gesamten Transfers und so weiter und so fort. Es ist laut Mitch anscheinend schon hier in Arbeit und Wire ist ja an dieser Stelle auch schon am Arbeiten, neue Banken mit zu integrieren. Aber natürlich ist Vivi an dieser Stelle hier auch nicht ganz untätig. Laut Mitch soll es so sein, dass hier auch schon andere Wege gesucht werden und es in Zukunft auf jeden Fall möglich sein soll, nicht nur über einen Auszahlungsdienstleister auszuzahlen, sondern über mehrere, was meiner Meinung nach wirklich ein richtig guter Weg wäre, falls das wirklich so umgesetzt werden sollte, laut Mitch. Kommen wir nun zum Thema Waitlist bzw. dem neuen Jobs-System und das wird tatsächlich schon mit dem nächsten Update integriert. Ja, naja, nicht ganz, denn das Ganze wird erstmal noch ein bisschen in der App schlummern, bevor es dann wirklich ausgerollt wird. Das Ganze wird in zwei Phasen einmal fungieren. In der ersten Phase wird das Ganze nur für Leute mit KYC freigeschaltet sein. Zum momentanen Zeitpunkt kann man ja an Jobs teilnehmen, auch ohne KYC, man kann dann halt aber nichts im Markt machen. Das wird im Prinzip dann wirklich dort deaktiviert. Das heißt, man wird außerdem erstmal nur mit kleinen Jobs anfangen bzw. mit dem Vivi-Logo, unter anderem dort in Phase 1 und in Phase 2 wird das Ganze dann größer ausgerollt. Es können Leute dann auch ohne KYC dran teilnehmen in der Waitlist und es werden damit auch dann größere Jobs natürlich mit einbezogen, wie ein normaler Comic-Drop beispielsweise. Außerdem sollen wir an dieser Stelle natürlich gespannt sein. Das ganze Drop-System ist, wie gesagt, dann mit dem nächsten Update integriert. Deswegen schaut auf jeden Fall immer mal, ob eure App aktualisiert werden muss. Dann wird das auf jeden Fall mit installiert und man sollte es vielleicht auch schon in den kommenden Wochen den ersten Test-Job geben. Außerdem kommen wir zum Thema Interoperability. Und hier hat Mitch gesagt, dass sie hier natürlich auch mit der Kombination IMAX und Polygon, wo jetzt mittlerweile auch eine Partnerschaft besteht, hier natürlich auch versuchen werden, das Ganze mit einzubeziehen in das Vivi-Ökosystem. Das heißt, wir könnten in Zukunft eventuell auch über Polygon hier mit Vivi-NFTs handeln. Ob das Ganze jetzt in naher Zukunft kommt oder nicht, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass IMAX wie auch Polygon hier in Zukunft eine richtig große Rolle spielen werden, was das Thema Interoperability angeht. Wie das Ganze aussehen wird, das werden wir natürlich dann sehen. Es gibt außerdem natürlich noch Q2-Prioritäten. Und das sind tatsächlich ziemlich interessante Prioritäten. Unter anderem soll es ein Clean-Up geben und es sollen neue Funktionen in die App eingeführt werden. Eine weitere Q2-Priorität ist Umi2-NFT. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr wichtige Priorität, denn man sieht momentan, wie der Umi-Token am Abkacken ist. Ich habe es momentan auch schon gesehen. Der Umi-Token ist momentan auch wieder bei den 0,0007 angelangt. Also wirklich, wirklich kritische Level mittlerweile. Dementsprechend muss das Ganze eigentlich wirklich in Q2 kommen. Außerdem, die Umi-Token kann man dann dazu nutzen, um auf dem sekundären Markt zu kaufen. Außerdem soll es auch noch möglich sein, seine MCP-Punkte in Q2 mit einzusetzen, um an einem Drop teilzunehmen. Das heißt, dass man an einem Drop-Raffle teilnehmen kann. Das heißt, MCP-Phase 2 dann auch anläuft. Das wäre natürlich alles schon ziemlich, ziemlich gut, wenn das alles in Q2 kommen sollte. Wir kennen aber, wie wir dementsprechend, kann man ja auch mit Verzögerungen rechnen. Außerdem wurde nochmal zu dem Thema Umi-Token gesagt, dass hier Exchanges definitiv in Aussicht sind. Aber erst anscheinend, wenn auch hier wirklich mit Omito NFT das Ganze möglich ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Omito NFT erstmal eine kurze Zwischenlösung ist, um dem Token erstmal eine gute Utility zu geben und dann erstmal auf Exchanges zu listen und dann halt weiter fortzufahren im UUP. Das heißt, mit Staking und so weiter und so fort. Aber diese Sache wäre auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Grundlage hier, um dem Omito wenigstens ein bisschen Utility zu geben. Und ansonsten gehen wir nochmal auf das Thema ein, hier mit dem guten Danny Boy und den NFTs, die er von Vivi erhalten hat. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich ist das momentan auch absolut nicht leicht. Ich blicke mittlerweile auch ehrlich gesagt nicht mehr durch. Es sind super viele Informationen. Was aber auf jeden Fall Fakt ist, laut Dr. Profit hat Danny Boy sein Account angeboten, Dr. Profit den für 3,5 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Und das ist wirklich meiner Meinung nach ein sehr, sehr komischer Move, wenn ihr mich fragt. Erst Collectibles von Vivi bekommen und dann den Account wieder zu verkaufen. Also ganz ehrlich, das stinkt meiner Meinung nach ganz schön. Wie gesagt, es sind sehr viele Informationen momentan, die einfach kursieren. Es sind noch einige Gerüchte dabei. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle mich wirklich versuchen, nur auf Fakten bzw. auf wirkliche Daten zu beziehen. Falls Vivi dort uns nochmal mehr liefert, Informationen, werde ich euch das natürlich so teilen. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es meiner Meinung nach ziemlich undurchsichtig. Wenn du aber natürlich da draußen mehr weißt und mehr dazu sagen kannst, schreibe es mir sehr gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr glücklich drüber, wenn du mir da weiterhelfen kannst oder zum Beispiel auch der Community hier weiterhelfen kannst. Aber dazu dann mehr, wenn wir dort auch mehr und detailreicher Wissen haben. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich hier auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.